Die Gerüchteküche um Nazan Ekes brodelt gewaltig. Laut der Bild-Zeitung soll die Moderatorin RTL wohl endgültig verlassen wollen und einen Neuanfang wagen. Insgesamt 23 Jahre, also seit 1999, stand sie für den Kölner Sender vor der Kamera. Angeblich soll die 45-Jährige sogar schon gekündigt haben und dem Sender bereits 2022 den Rücken kehren. Nazan Ekes selbst hat sich zu den Spekulationen bisher noch nicht geäußert. Auf Nachfrage von Bunte meldete sich jetzt allerdings RTL zu Wort. Und dabei wird schnell klar, für den Sender ist die Zusammenarbeit mit der Moderatorin wohl noch lange nicht beendet. Wir können nicht bestätigen, dass Nazan Ekes RTL verlässt, verkündete eine Sprecherin. Weiter heißt es, es gibt ganz konkrete Pläne für einen großen Themenabend mit ihr, sowie für eine Interview-Reihe, an der wir derzeit gemeinsam mit Nazan arbeiten. Nach Abschied klingt das ganz und gar nicht. Was ist nun dran an den Gerüchten? Wird sie diese Formate noch moderieren und dann erst gehen? Eines von Eines Untertitelung des ZDF, 2020